Philippe Mexis ist ein französischer Fußballspieler. In Frankreich schon früh als der neue Laurent Blanc angesehen, ist er ein eleganter Innenverteidiger, der mit seinem Kopfballspiel nicht nur die gegnerischen Stürmer, sondern auch Abwehrreihen zur Verzweiflung bringen kann. Karriere Für den jungen Philippe Mexis war der Fußball die einzige Möglichkeit der Freizeitgestaltung, so kam er zum lokalen Fußballverein Thulaus Mirai, wo er seine fußballerische Karriere begann. Bevor er von den Talentspähern der AJ Tuxer entdeckt wurde und mit 16 Jahren in das Burgund wechselte, wurde er in der Nachwuchsabteilung des FC Thulaus sieben Jahre lang geprägt. Als ersten Erfolg mit Tuxer konnte er den Gewinn der Amateurmeisterschaft im Frühjahr 1999 feiern. Kurz darauf kam er in die Profimannschaft Auxerres und debütierte am 10. November 1999 in der Liga 1. Am 8. Dezember 1999 konnte er sein erstes Pflichtspieltor erzielen. Mexis machte immer mehr auf sich aufmerksam, die Zeitschrift Franz Football bezeichnete ihn als Hoffnung des Jahres. Er wurde zum Leistungsträger der Innenverteidigung Auxerres. Die europäischen Top-Klubs wurden auf ihn aufmerksam, so bot unter anderem Manchester United für ihn eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro. Doch er blieb Auxerre treu und trug wesentlich zur Qualifikation für die Champions League in der Saison 2002-03 bei, die ihm endgültig zu europaweiter Bekanntheit verhalf. Am Ende derselben Saison hielt Mexis die Coupe de France in den Himmel, Auxerre konnte am 31. Mai 2003 Paris Saint-Germain mit 2 zu 1 besiegen. Nachdem er zur Saison 2004-05 beim As-Rom unterschrieb, erhielt er eine sechswöchige Sperre der FIFA. Da er noch einen gültigen Vertrag bei Auxerre hatte, Auxerre und der As-Romre konnten sich über die Ablösesumme für Mexis nicht einigen, Letztlich setzte die FIFA sie auf 7 Millionen Euro fest und verhängte eine Transfersperre für die Saison 2005-06 über die Römer, die besagt, dass sie keine Spieler verpflichten dürfen. Zur Saison 2011-12 wechselte Mexis ablösefrei zum Meister AC Mailand. Philippe Mexis hat für sämtliche Nachwuchsmannschaften Frankreichs gespielt, dementsprechend kann er in diesem Bereich auch Erfolge vorweisen. So wurde er im Jahr 2000 U18 Europameister, zwei Jahre darauf erreichte er mit seiner Mannschaft das Finale der U21 Europameisterschaft, welches die Mannschaft der Tschechischen Republik im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte. Er war der jüngste dieser französischen U21, die aus namhaften Talenten bestand. Am 16. Oktober 2002 debütierte Mexis mit 20 Jahren für Frankreichs A-Nationalmannschaft. Der Gegner in diesem Qualifikationsspiel zu Euro 2004 war Malta. Mexis wurde in der 85. Minute für Lillian Thuram eingewechselt und Frankreich gewann mit 4 zu 0. 2003 gehörte Mexis zur französischen Mannschaft. Die mit einem Finalsieg gegen Cameroon den Confederations Cup gewann, er spielte mehrmals von Anfang an. Doch bei der ein Jahr später stattfindenden Europameisterschaft wurde er von Trainer Jacques Santini nicht nominiert. Um einiges überraschender fiel die Nicht-Ernennung für das nächste Großturnier aus. Trotz einer optimalen Saison auf Vereinsebene mit kontinuierlich guten Leistungen blieb ihm die Teilnahme an der WM 2006 verwehrt. Bis Anfang Juni 2010 hatte Mexis 13 Spiele für Frankreichs A-Nationalmannschaft absolviert, 6 unter Santini und 7 unter Raymond Domenech. Er wurde zahlreiche Male einberufen, kam aber aufgrund von Verletzungen oder taktischer Entscheidungen des Trainers nicht zum Einsatz. Dies änderte sich mit dem Amtsantritt des neuen Selectioners Laurent Blanc. Der in seinen ersten 8 Begegnungen mit Mexis und dem jungen Adil Ramy einem neuen Innenverteidigerpaar vertraute. Nach überstandener Verletzung und fast elfmonatigem Fehlen bei den Blöß kehrte Mexis Ende Februar 2012 zurück und gehörte auch zu Blancs. Europameisterschaftsaufgebot 2012 Er wurde dort auch in den Gruppenspielen eingesetzt. Erfolge 1999 Französischer Amateurmeister mit AJTUXRB 2000 U18 Europameister 2002 U21 Vize-Europameister 2002 Etuale d'Or 2003 Gewinner der Coupe de France mit AJTUXR 2003 Gewinner des Confederations Cup 2005 Teilnahme am Finale der Coppa Italia mit dem AS Rom 2006 Teilnahme am Finale der Coppa Italia mit dem AS Rom 2007 Gewinner der Coppa Italia mit dem AS Rom 2007 Gewinner der Supercoppa Italiana mit dem AS Rom 2008 Gewinner der Coppa Italia mit dem AS Rom 2010 Teilnahme am Finale der Coppa Italia mit dem AS Rom Untertitelung des ZDF, 2020